Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei dem LPS mit mir, dem Chris, mit mir, dem Franco und wir haben uns natürlich netterweise verabredet zu einem SBB um eine absolute Berserkerkarte, nämlich Neungolan Rule Breaker, also die schaut schon wirklich pornoös aus, die Karte. Hier mal ein kurzer Overview und nicht nur er schaut pornoös aus, sondern auch unser Gast, den wir uns eingeladen haben. Genia, stell dich doch mal kurz vor. Richtig! Bin ich jetzt im Fernsehen? Hallo! Jo, was geht, mein Friends? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab richtig Bock, ich hab ein bisschen was gut zu machen und ich hoffe, dass ich ein bisschen hier mit euch da jetzt mal, ihr wisst bescheid, außer als Fans, die sind Hooligans bei mir, die werden da massakrieren. Also, mehr will ich jetzt nicht sagen. Alles klar, übrigens vorab, weil der Genia schon gesagt hat, wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also, die Leute, die bei uns am Start sind, Jungs, geht's rüber, gönnt euch das Video und natürlich absolute Eskalation auf dem Kanal von Genia, my friends. Und wir haben auf jeden Fall die 4-3-2-1 als Startformation mit der linken ZM 9-Golad. Ja, ich spiele in der 4-4-1-1. Ja, so ist eine emotionale Telefonnummer vorgetragen. Das ist Ihre Nummer 4-4-1-1. Gut, dann würde ich sagen, du bist der Gast, du darfst da reinhalten und wir stellen dann unsere Spieler rein. Du hast schon rein gehalten. Ja, das ist also so wie auf Tontauben schießen. Wir gehen einfach mal rein mit dem mittleren ZM und da spielt bei uns eine alte Kanallegende, die kann man schon fast sagen. Zumindest beim Chris im Team und zwar ist es Alejandro Gomez. Es ist eine Herzensangelegenheit, der Boe. Alejandro Gomez. Ja, und im rechten ZM spielt Lo Celso. Ah. Kenne ich nicht. Ich habe Witzel und Can aufgeschrieben. Kenne ich nicht. Achso. Hast du keinen Plan, schreibst du auf Emre Can. Alles klar. Ja, das Sprichwort dachte ich mir, komm, gönne ich mir. Okay, ich gehe mit einer Karte, mit der seid ihr auch gegangen. Und zwar ist es total obviös, aber ich habe einfach das Inter-Mailand-Reihe genommen. Einmal Arturo Vedau und im MS spielt einer meiner Lieblingsspieler, Eriksen. Gut, dann darfst du die zwei jetzt mal rausnehmen, weil wir haben genau die aufgeschrieben, Bruder. Jetzt ohne Witz. Ja. Ja, Mertens und Witzel, Bruder. Gut, dann sehen wir uns bei den offensiven Spielern bei uns am LS Stürmer und RS und beim Schöner LM Stürmer und RM. Richtig. Genau. Bratanovic. Jawohl. Und ihr zwei Krampen da hinten. Also diese Spieler dürfen heute leider nicht dabei sein. Nein. Wir gehen auf der linken Seite mit... Ican... Nedved. Ja, jetzt in dem Verein. Im Sturm gehen wir mit... Pelé. Na, mit Korea. Und... Als RS haben wir uns nochmal einen Argentiner geholt. Und zwar wieder eine Rule Breaker Karte im Sturm. Ocampus. Richtig. Ich habe an Ocampus gedacht, aber ich habe aufgeschrieben Gosens, Werner und Lukas. Scheiße, Alter. Wir haben Gosens, Alter. Ach so? Ihr Schweine. Also ich habe Gosens, Werner und Lukas. Okay. Ja. Wie gesagt, Gosens muss ich leider verabschieden. Alle anderen Boys bleiben mal soweit. Ja. Da möchte ich gerne schon meinen Joker einsetzen. Weil so ein Torwart ist immer ganz geil mit den Pässen vorne. So, my friends. Und jetzt werden wir uns revanchieren mit Füßlingen. Zwei Picks. Let's go. Okay, so. RM gehe ich mit einer richtig kranken Karte. Und zwar, der ist richtig overpowered und auch voll im Hype. Ist einmal der rechts, der Portru. Portru, okay. Ja. Im Sturm gehe ich mit Iñaki Williams. Man kennt ihn. Und links gehe ich mit P.O.T.M. Fatih. Ja, moin. Wir haben Richarlison, Lukas und Philippe Andersson. Das ist, weil du, ja, wenn du full camp bist in der Mitte, da ist natürlich immer so ein komisches Raten hier. Raten im Garten, meine Freunde. Raten im Garten, genau. Wo ist denn mein Spieler hier? Fatih, Ilsa. Gut, wir sehen uns bei der Außenverteidigung wieder. Let's go. Meine Lieben, wir haben uns natürlich mit einer sehr, sehr starken Karte verstärkt bei uns im Team. Ja, wir haben uns einen langen vorne für die Eckball hier reingeholt. Ganz wichtiger Mann. Wir denken, wir haben ein gutes Gefühl. Safe. Ihr habt ein gutes Gefühl. Wir haben ein gutes Gefühl. Es kann auch schlecht werden. Es kann auch schlecht werden. Okay. Den benutze ich eigentlich sehr, sehr, sehr gerne. Yuri heißt der Berichi oder so? Ja, wir haben es gewusst. Ja, und rechts Navas. Okay. Ja, wir sind mit 4 pro gegangen. Und den Russen darfst du auch rausnehmen. Na Spaß. Und Navas. Ja, nein, das haben wir. Na, das ist dabei, my friends. Und da bitte am Brose-Toiliter hin, weil dann wird das Brose-Toiliter-Duell stattfinden. Das wird das Duell der Giganten. Ja, das wird geil sein. Das gibt's doch nicht. Haltst du schon rein? Also wenn du wüsst, dem Nachbarn hast du mal 4 pro stellen. Okay. Wir spielen linker Verteidiger. Theo Hernandez. Das ist nicht euer Ernst. Und auf der rechten Seite spielen wir den Guten. Trenti-Trent. Trenti-Trent? Mhm. Also der T-A-A kann gerne bleiben, aber auf diesen Scheiß lass ich mich nicht mehr mit euch ein. Hernandes hab ich natürlich oft geschrieben. So, irgendwie soll der Back-to-Back-Hernandes war zu Obby ist. Ja, ein Tschüss. Jetzt können wir safe die wichtigen Positionen morgen. Also, bis gleich. Blatt, wir sind wieder zurück nach oben auf diese Finale, Blatt. Und diese Spieler dürfen leider heute wieder nicht dabei sein. Ich hab heute richtigen Lauf. Also diese Spieler werden nicht dabei sein. Ich entschuldige mich natürlich bei der Community von uns, dass ich so eine ekelhafte Handschrift habe. Naja, das gehen wir irgendwie ausreden. Es seid ihr für 10, my friend. Also, wir gehen in der linken IV und da hab ich ganz viele Bauchschmerzen, die frisch. In der rechten IV mit AK. Und im... Warte, darf ich Torwart sagen? Ja. Zillisen? Na. Ederson. Edi Ederson? Ederson. Ja. Wir sparen nicht. Wir sparen nicht. Ja, Devry, AK und Zillisen hab ich oft geschrieben. Ja, okay. Wir haben nur die Möglichkeit, dass wir da jetzt 3 raus haben, Freunde. Ja. Die hoffen. Auf wenigstens haben wir Edi Ederson. Ja, super. Ederson, Kacke. Oder 3 Pro-Sylverteidiger. Es ist eigentlich schon sehr verheerend, dass wir bei unserem Kanal eigentlich so psychisch aufgeschlachtet werden, ja. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Der Papa Genia hat was gemacht. Könnt ihr noch auf die Na... Auf... Gott. Ihr erinnert euch noch natürlich auf die Aufnahme? Nach, kommen wir das gleiche wie vorhin. Ach, geh. Ich gehe mit. Alaba, Hernandez und Neuer. Wow. Marquinhos, Kimpembe und Navas. Geil. Also, die Spieler laufen ein und wie wir uns vorher schon abgestimmt haben, wir haben zwar einige Backups am Start, aber man muss nicht einfach mal ganz ehrlich sagen, der, der unter Druck steht, ist Xenia. Wenn er nämlich jetzt nicht performt, ist er nämlich die Lachnummer der Nation. So ein Ding ist er. Ohne Druck auszuüben. Xenia. GG. Leck mir mal. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Oh, scheiße. Und der Durchsetzungsvermögen gleich null. Oh, okay. Vierte Minuten, Freunde. Der Druck ist auf seiner Seite. Ja, der Torwart. Ja, leck mich doch jetzt. Klasse. Klasse, Bruder. Wenn der Torwart, wenn der Torwart eigentlich an Schiss, wie ist das dann eigentlich, ich denke? Zählt das für zwei? Nein, das ist aber kein Torwart. Nein, ich meine nur was. Ich wollte mir was nachfragen, weil in den nächsten Schlenz da eh so rein mit dem Torwart. Klasse, Bruder. Der Torwart war sehr gut verteidigt, aber weggehalten vom Tor. Der Torwart geschoben. Die Ungewissheit. Wieso? Weiter, weiter, weiter. Also wir haben übelst Delay da gerade drin in dem Scheiß-Game. Ich hab fünf Minuten vorher schon auf Schießen gedruckt. Jetzt ohne Scheiß. Oh, das ist schwierig. Schade, Bruder. Nein, wenn du das abdreckt. Die Scheiß-Connection da. Ich hab fünf Minuten vorher schon auf Schießen gedruckt. Und Williams! Nein! Nein, das gibt's nicht. Hier in die Erde. Da braucht man halt Antreten mit so einem ziehen, ehrlich. Come on, jetzt auf geht's. Wir pushen uns, Digga. Klasse, Bruder. Starker Stacking. Mann, was Eisen hat auch nicht... Klasse, weiter. Komm, lass dann. Das kommt mir so bekannt vor. In der ersten Halbzeit. Ja, aber du hast ja... Bruder, du hast aber... Du hast aber Vollsquart gehabt. Ja, das ist das Problem. Du kannst nicht mit den Grundspönern spielen. Defense. Mann, ich hab da fünf Minuten vorher schon auf Passendruck. Das geht mir so einem Sack. Da bist du eh schon im Nachteil und dann wirst du auch wieder... ...beschissen. Oh! Weiter, 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 weiter! Hat er denn angemäht? Klasse, Bruder! Ja, das war besser, dass du ihn herhaust, weil wenn er vor dem Tor steht. Ja, das war wichtig. Ja, man muss einfach mal... Du musst einfach mal die Chance ein bisschen abwehren. Das ist ja schön zu eurer eigenen Regeln. Es ist schon immer so gewesen, ne? Weil wir haben Heimrecht, also Schnauze. Danke. Ich hab mir nicht gesagt, das zahlt drei, zahlt's drei. Alles klar. Oh Mann, kannst du nicht. Aber das ist ja... Wenn man dann unter Druck ist, dass man dann auf einmal seine Regeln dann einfach umendet. Ja, ja, ja. Alles klar. Du wärst jetzt geil worden, wenn du den Anschluss treffst. Wenn du den Anschluss treffst. Den Anschluss Eil. Will gleich gehönt. Ja, bam. Nachts, zack. Igor! Ja, das wäre natürlich eine geile Ansage gewesen, Jungs. Was? Ja, das ist die Muffe, die du von mir hast, Dig. Ja, was du an Bolzen in den Hosen hast. Brauchen wir ihn diskutieren. Weil er Milchen vorhin so schlecht gemacht hat. Ja! Ja, das ist ja auch mal ein Antritt wie eine schwangene Milchkaule. Ist ganz schwierig. Und dann hat er wieder... Dann drückt er wieder irgendwas, weil er sich nicht rauskommt. Und dann hat er wieder einen Lucky Punch. Nein, du... Den Konter, Alter, mit unserer Abwehr, das ist so bösartig, Bruder. Aber da vorne geht halt auch keiner ein. Der Dusler hat auch, dass er das scheiß Tor mal auch macht. Aber da siehst du mal wieder, wie das Momentum auf dem Schöner seiner Seite ist. Da war schon eher, wie die Aussteingler, die pflunzen. Ja. Das ist doch eine Phase. Das gibt's doch nicht! Warum da... Und dann kriegt er ihn wieder! Alter, das ist so lächerlich, Alter. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, das scheiß Ausgame. Ja! Ja! Nein! Nein! Come on! Ja, du hast... Du hast das Spiel verschoben als Kopf, du hast den Schiedsrichter. Überhaupt keinen Auftrag in dem Spiel drin. Weißt du, was ich moin? Das ist der Ball! Alter, hat er den ausgepackt. Ja! Komm, Alter! Come on, Digga! Come on, Freunde! Ja, du kannst ruhig pressen, wenn du willst! Schiri faul! Hey, ich hab's genau gesehen! War ganz geil auf den Meter! Dixen! Ja, schön! Alter, rot! Das ist geil! Das war eine ganz normale Zweiflung! Das ist eine coole Verzweiflung, die ich da bei dir breit mache! Der ist wirklich rot! Ach, geh, hau ab! Das ist ja Wahnsinn, oder? Also wir wären nur beschissen! In dem Game! Nein, nix! Ja, das war ja nur Grätsche! Ja, war ja nichts Schlimmes! Schau mal nicht wo! Schau mal nicht wo! Schau mal nicht wo! Alter, was ist das? Der Artur, wie du da bist! Bekampf ist ja nicht schweinbar! War ein Tickl zu spät? Ein Tickl! Weg jetzt! Hoch und weit, jetzt breit, direkt! Und Abfahrt! Nein! Jetzt holen wir noch mal einen! Wie ging das? Das ist stark! Ja! Abwarten, Abwarten! Aber trotzdem! Also wir haben sie definitiv! Gut verkauft! Ja! Respekt! GG! My friends! Jetzt haben wir wieder Freunde, so ein Ding ist! Ja, ja, ja! So, ich seh mir gerade eure Formation an! Es ist ja die 4-3-2-1! Das ist natürlich die Frage! Wie viele Bronzer habt ihr? Vier! Vier Bronzer! Ah! Toll! Danke, dass du so was haltest! Ja, kein Problem! Ich würde mich entscheiden! So ein Inglomer linkes ZM! Ich glaube, den habt ihr safe umgestellt! Weil das ist so eine berühmte Person zum Diskaden! Ähm, ich nehme den RV! Den rechten Verteidiger! Ja! Und... Den rechten Sturm! Okay! Okay! Ich sag mal so! Wird hast du so mit einem blauen Auge davon gekommen? Ja! Okay! Also RV war natürlich Killian's Machine! Killman, ja! Ja! Killman's Machine! Brose! Aber der zweite Pick... Ähm... Es war jetzt nicht der Engolan, aber es war... Ocampos! Ocampos Rule Breaker! Oh! 100k, ne? Ja! Wo waren wir irgendwo? Ein linker Stürmer! Ein linker Stürmer! Oh! Den machen wir schnell verkaufen! Also 110! Wir können mal kurz gucken, was man... 103 habe ich gesniped vorhin! Okay! Mit 90k... Aber wie gesagt... Wir holen ja nicht zurück! Mit 90k... Mit der Performance, Freunde... Können wir sie auf jeden Fall gut verkaufen! Pfff! Ich würde sagen... Ach, Discard ist 90k? Nein! 10k! Nee! 10k, aber 90k haben wir aufgezeigt! Ah! Ja, komm! Ist okay! Pasch! Also, für das, dass wir sie natürlich absolut nicht unter Wehr verkauft haben, dich natürlich sehr, sehr schlecht dastehen haben lassen... War das Ganze eigentlich eine sehr, sehr positive Aufnahme für uns! Und... Hast du noch was zu sagen, Franco? Nein, ich bin echt... Also, die Sprung habe mich nervlich kaputt gemacht! Ich weiß! Ich habe es mitbekommen! Und das letzte Überholf gehört natürlich Schenja! Und nochmal danke natürlich für die Aufnahme! Und alle von uns natürlich rüber zum Schenja! Und ihr wisst es! Absolute Eskalation bei ihm am Channel da lassen! Ja, mein Friends! Das war's mit dem Video! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Ganz wichtig! Supportet hier! Die Jungs! Die ziehen durch! Die haben so einen geilen Raum! Ja! Allein der Gaming Raum! Nur da ist ein Like schon wert! My Friends! Und falls ihr natürlich noch mehr sehen wollt von den Wolpis! Kommentieren! Liken! Ihr wisst Bescheid! Die ganzen Prozedere! Das war's! Das nächste Mal schlachte ich die richtig ab! Tschüss! Hahaha!